... die Herren zum Turnier rüsten lassen. Bei unseren Rennen über die Planken wird ein besonders eindrucksvolles Stück Mittelalter legendig. Und für die Ritter wollen sie in ein Turnier, die originalgetreu genügend wurden. Das bedeutet aber auch, trotz des permanenten Trainings, dass es mit den Risiken von damals verbunden ist. Unsere eisernen Ritter sind dafür mit einer ihnen auf den Leit geschmiedeten Rüstung, die fast einen halben Zentner gibt. Hier sind die Lanzer. Die Helmschau angesetzt. Dazu kommen die Kampfrichter aus Feld. Der Turnierkopf sozusagen der Stielleiter. Hier Grieswertl, also die Wächter der Turnierbahnen. Und sechs Turnierknappen. Sie tragen die Schaller der sechs beteiligten Ritter. Die Schaller, das ist der Fachausdruck für den Turnierhelden. Für das Turnier freigegeben. In Amberg, in der Oberpfalz 1474, also ein Jahr vor der Lanzerhochzeit, ist es passiert, dass ein Sachse tödlich verletzt wurde, weil sein Gegner einen längeren Spieß hatte, als er haben sollte. Das Turnier entwickelte sich von der Kampfübung zu einem Gesellschaftssport, für dessen Ausübung aber die Zugehörigkeit zum Ritterstand immer Voraussetzung blieb. Umgekehrt aber, wer sich zu einem öffentlich ausgeschriebenen Turnier nicht einfand. Und jetzt ist der Platz bereitet. Die Planken sind errichtet. Dürre, Sie sind keine Profis. Und es ist Ihr großer Augenblick, jetzt hier einzureisen. Begleitet von adeligen Freunden und Knappen zieht als erster Herzog Christoph der Starke von Bayern München aus dem Feld. Er ist unverwechselbar mit der Weißlauer Pärze. So heißt es, der Schutzschild, auf den der Gegner die Lanze richten soll. Und der Weißlauer verbrachelt eines Streitrusses. Er ist ein Fikander. Ludwig von Westerstedt, ein Edelmann und enger Vertrauter des Kräutegangs, folgt als nächster Recke. Mit ihm turnierte Herzog Georg, größtes überliefert, noch am Abend vor der Hochzeit. Ein durchaus gefährlicher Junggesell am Schied. Dieses Westerstedt, das Westerstedt übrigens, liegt in der Nähe von Kuh. Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! indubbad. Hoodbäck. Doch eine so clefaktion. für ihre Mitmachlanzug. Unter der Regentschaft des späteren Herzherzels entsteht die Ausführung mit ihm zu sein. Hallo! Wow, this guy, he's got the whole band and everything. Sohn des Wohenmeisters der Hochzeit heiratet später die polnische Königstochter Sophia, die Schwester unserer Hohenkraut. Sohn des Wohenmeisters der Hochzeit heiratet später die polnische Königstochter Sophia, Die Verfahren kündigen Graf Eberhard von Württemberg an. Er ist ebenfalls ein Vetter des Bräutigans. Seine Mutter ist die Schwester von Herzog Ludwig den Reichen. Er gilt als der bedeutendste württembergische Landesfürst im späten Mittelalter. Er gilt als die Landesverteidigung. Sein Leifertal hat es es hier. Der Reissnis in den Urkunden, wie ich war, ist auch hier gleich zu erkennen. Schließlich folgt aus dem polnischen Adel Albert von Mona Witt, ein Miettauscher Fürst. Der weiße, polnische Adel, roten Brot ist übersehbar. Und der, der Kontrahent mit legendären Kampfbedürfung des Wohls ist nicht bekannt. Wenn die Ritter alle sechs Aufstellungen genommen haben, dann kann das Rennen über die Planken beginnen. Zuvor aber ist es noch gar nicht. Wenn ihr für das nächste Mal in Bann gehen werdet. So rennet an, in Gottes Namen. Die Situation zu gewöhnen, um den Rosten noch einmal vorzugeben, wohin sie dann, wenn es tatsächlich darauf ankommt und die Lanzen eingelegten Pflanzen ganz entscheidend darauf an, dass die Pferde mitspielen und dass Pferd und Reiter eine Einheit bilden. ...förmiges Blech angenietet, das knapp auf dem Sattel aufliegt und kreuzweise mit Lederriemen zwischen den Beinen des Reiters verschnürt wird. Der Haken an der Brechscheibe fängt den Prall des Stoßes auf, sodass die Hauptwucht der gegnerischen Lanze nicht auf den Reiter, sondern auf das Pferd übertragen wird. Seinen Treffer landet, bekommt ein gelbes Fähnchen an seinem Fahnenmasten. Der Pole ist fertig und der Bayer und das erste Rennen beginnt. Applaus 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 Ich war nicht so einfach für die Pferde mit den Roststirnen. Sie hören den Waffenlärm, sie spüren die Atmosphäre und es ist nicht so einfach für die Pferde mit den Roststirnen. Es ist auch dieses Detail, jedes einzelne Detail aus den alten Schriften. Der Frontalzusammenfall der Ritter kommen kann. Der Rennen und dann das Stlittern und Bärsten der Lanzen. Der Rennen und Bärsten der Rennen. Der Pohle und der Württemberger reiten gegeneinander an. Wer für sich vereinen konnte, der wird das Liga sein am heutigen Nachmittag. Und wir haben einen Sieger, verehrte Gäste. Der Sieger ist Albert von Monawitt, der Pole. Er ist die Rennen, oder ist die Rennen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.